Hey Leute! Neues Video! Wir sind wieder zu Hause! Allerdings wird es überhaupt nicht lange so sein, das werdet ihr gleich auf jeden Fall erfahren. Bis zum 18.04. gibt es diese Osterbundle hier. Ihr könnt den Pulli einzeln holen. Ihr könnt auch direkt das Bundle holen, also mit Tasse, mit Cap und Hoodie. Ist insgesamt 30% günstiger. Das ist richtig geil, schaut euch mal vorbei. Erstens Link in der Videobeschreibung. Und jetzt werden Koffer gepackt. Du brauchst auch noch echt so Cap, oder? Hier, nicht. Oh, das mag ich nicht. Doch, die mag du, die mag jeder. Pinkel die an! Bis Samstag weg sein, heute ist Montag. Bis Sonntag. Bis Sonntag, wir werden bis Sonntag weg sein. Nicht nur Chrissi und ich, sondern auch noch Angelina und ihr Freund. Haus wird auf jeden Fall full. Auto wird noch voller. Normalerweise fahren wir immer mit Angelina zu dritt nach Wuppertal. Und zwei Hunden. Diesmal kommen noch L-Personen dazu und das Auto ist so schon immer brandvoll. Wir haben extra schon weniger Sachen eingepackt und so. Sonnot läuft Chrissi. Zur Not setzen wir dich aufs Dach. Sonnot, bleib einfach hier. Abschied nehmen. Tschüss, Ash! Möchtest du nicht auch herkommen? Ja. Das war ein Nein, oder? Was macht der? Er hat Ja gesucht. Achso, das war ein Ernstgang dieses Jahr. Ja, bei wann? Kommt er. Also, er kommt. Sollen wir noch warten, oder fahren wir los? Schicker Pulli. Der kommt mir doch. Oh, wir kommen ja. Ja, tschüss. Zack, 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 zack. Ja, ja, ja. Vorsichtig. Ciao. Tschüss. Klangfahrt vor uns. Andi und Freund eingepackt. Wie geht's dir denn so? Na, da musst du die ganze Zeit stehen. Pfand abgegeben. Snacks geholt. Wir sind gerade angekommen. Es ist jetzt Wuppertal eingekommen und schwer zu erkennen. Ich hab was richtig Geiles für das Video überlegt. Es wird richtig krass. Erstmal müssen wir uns natürlich ein bisschen von der Vater holen. Es geht glaube ich gleich irgendwann vielleicht nachher Essen nochmal. Vielleicht seht ihr es. Wenn ja, dann jetzt. Was sagst du? Lecker. Glaubst du es? Glaubst du es? Glaubst du es? Lecker. Glaubst du es? Oh Gott. Es riecht nach diesem Spaghetti-Eis. Spaghetti-Eis? Ja, ein bisschen. Das ist jetzt mal gut. Das scheint halt echt wie so ein Eis. Oha. Habt ihr es mal probiert? Schreiben wir rein, wie ihr den findet. Aber es ist lecker. Und jetzt kommen wir zum Hauptpart des Videos. In zwei gibt es zwei Badezimmer. Einmal eins, das sieht so aus. Gibt es so WCR gesagt. Tauch mal rein. Und jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wer geht wohin? Und ich dachte, wir spielen mal Schere, Stein, Papier. Ich spiele Schere, Stein, Papier bis 3. Der Verlierer geht ins Kleine. Der Gewinner geht ins Große. Schere, Stein, Papier. Shit. Schere, Stein, Papier. 1, 1. 2, 1 für Chrissy. Jaaa. Es geht übrigens um 300 Euro. Jetzt Chrissy Alper hat es schon mal geschnappt. Mal schauen, was da so drauf ist. Ich hab doch nichts. Ich filme mit dem Handy hier drin. Ich fange jetzt erstmal an, hier ein bisschen aufzuräumen. Also ich nehme meine Mama einfach ein bisschen Arbeit ab. Und räume mich ein bisschen auf. Meine Mama ist nämlich gerade auf der Arbeit. Wenn ich sowieso schon hier drin bin, dann warum nicht? Also das hier ist das Vorher. Und das hier ist das Nachher. Sieht schon mal ein bisschen besser aus. Ich bin jetzt hier Badenzimmer drin. Übrigens, Leute, wir gönnen euch mal mehr. Es ist so ein Mini hier. Leute, ich kann mich hier nicht mal re... Also, Alter, was ist das? Halt hier dann, glaub ich, übel. Wollen wir mal gucken, was hier so schön drauf hat. Ob ich mir mal angucken kann. Weil Leute, ich filme gerade mit meinem Handy. Nichts. Wow. TikTok. Wow. Chrissy, du hast ja nichts auf deinem iPad. Was ist denn? Voller WLAN-Ampfang. Hallo. Boah, das ist ein geiler Kanal. Ab in die Galerie. Ich werde auf jeden Fall Angelina noch sagen, dass sie die Wäscheleine hier wegnehmen soll, beziehungsweise einfach aus dem Badezimmer raus, damit ich mich nachher in die Badewanne legen kann, falls ich irgendwie Langeweile habe. Vielleicht holt Angelina mir dann sogar ein Kissen und eine Decke und dann kann ich von mir aus auch die ganze Nacht hier drin bleiben. Klo habe ich ja. Ja. Ich habe mein Handy hier, vielleicht brauche ich zwischendurch noch ein Ladekabel, aber ansonsten... Jo. Benutzt irgendjemand von euch, der ein iPad hat? Eine Galerie? Oha. Voll die schöne Bilder hier. Hä? Das habe ich, glaube ich, noch nie auf Instagram gesehen. Lade ich einfach direkt hier hoch. Äh? Das ist ja so fies. Das sind, glaube ich, alles Bilder, die Chrissy nicht mag. Aha, Chrissy, was sehe ich denn hier für Bilder auf deinem iPad drauf? Was ist denn das hier alles? Alle waren mit dem Denemarken und die sind freshen Jungern. Es ist eine Katastrophe hier drin. Max? Was? Oh, äh? Dürfen die Tür öppen? Weiß ich nicht. Ich bin immer noch im Badezimmer. Nein, ich habe mich gerade eben hingestellt. Weiß ich nicht. Aber wie geht es jetzt drüben? Super. Mir geht es auch super. Ciao. Okay, ciao. Kannst du mir helfen, die Wäscheleine nicht hier rauszutragen? Dann kann ich mich da hinlegen, ist das nicht cool? Ja. Also erstmal die Wäscheleine muss noch ein bisschen... Schere, Schattoppie, wer zuerst Hilfe bekommt. Max, ich helfe dir nicht. Hä? Ich kann die Wäscheleine nicht hier wegräumen und mir ein Kissen um eine Decke bringen. Warum soll ich die wegräumen? Damit sie nicht hier mitten im Weg steht. Besser? Kissen... Kannst du fahren? Oh, danke. So, noch was? Holen ich dir gleich. Und Red Bull. Chrissy? Aber Anseline hat mir schon mal ein Kissen gebracht. Wuhu. Einmal den hier für Chrissy. Ich wollte Red Bull. Haha. Hier eine Decke. Junge, warum gibst du die Tür die ganze Zeit zu? Tschüss. Die Tür will ich auch nicht. Weiß ich brauche so eine Klingel, wenn ich dich brauche, klingel ich. Was? Was? Wow. Sieht das nicht gemütlich aus? Wie lange ich zwischendurch hier das Wasser anmache, ist das eigentlich ganz okay. So cremer als ich dachte. Ich kann aber theoretisch auch auf Netflix anmachen, mich hier für so gutes Geld hinschillen. Wir früher sind uns halt so krass gesuchtet, das ist echt nicht normal. Der Typ ist ein wahnsinniges Stars im Westen. Was? Was ist das gerade? Wie? Einmal ein Bonus für eine Werbung. Okay. Die Werbung gucke ich mir gerne an. Übrigens, eigentlich wollte ich gar kein Red Bull, da eigentlich Max habe. Max? Komm mal kurz. Ach scheiße, das ist die Süße. Hi, was machst du so? Warum hast du jetzt gerufen? Guck mal was ich mache. Warum gehen alle Türen hier zu? Ich bin dabei, dass wir ein bisschen Zeit vergangen. Und ich spiele jetzt erstmal Doodle Jump. Oh mein Gott, warum ist das so mini auf dem iPad? Leute, aber bei mir sieht es so aus. Ich bin die ganze Spiele wieder, der habe ich das letzte Mal gespielt. Keine Ahnung, geil war ich da noch. Für Baby. Oh, von euch, der auch noch aktuell Doodle Jump spielt. Eigentlich ist es so voll, dass man die Games noch nichts zu tun hat. Wie zum Beispiel jetzt hier gerade. Ich war jetzt gerade ein bisschen am Handy, habe eine Story gepostet, war auf Insta unterwegs. Ich bin jetzt einfach noch mal ein bisschen weiter am Handy, vielleicht auf TikTok. Ey, ich habe noch nie Uno auf iPad gespielt. Oh mein Gott, das sind geile Karten. Ne, doch nicht. Leute, ich sage es euch, ich gewinne das Ding. Kann man hier auch zusammenspielen mit anderen Leuten? Das wäre nochmal funny. Easy Win. Gehe jetzt erstmal auf Klo. Da nehme ich euch lieber nicht mit. Neh ich das iPad, was ich mache. Mal schauen, was Chrissy macht. Ja. Kannst du mir die Nerf bringen? Ganz kurze Einschätzung für euch. Wir sind hier locker schon ein paar Stunden. Ja, ich hocke gleich übrigens neben dem Klo. Eigentlich wollte ich gerade auf Chrissy's Insta gehen. Ja, perfekt. Und nach vorne wieder. Oh nein, jetzt ist sie geladen. Überall abgemeldet. Ich kann nichts öffnen. Oh, das geht. Ja. Ja. Die schießt nicht. Ah, was ist der? Schade auch. Und Chrissy ist beide drüben eingesperrt. Was wollt ihr? Du gehst freiwillig raus? Ja. Ich hab's genommen, glaub ich. Was ist kein schlechtes Angebot sein? Ach, beilig. Mein Angebot. Drei, zwei. Mein Angebot ist Schil, Stein, Papier. Der Gewinner gewinnt das Ding hier. Gib sie nicht Max, bitte. Bitte? Viel Spaß. Schil, Stein, Papier. 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 Scheiße. Nein. Komm raus. Du hast verloren. Du hast verloren. Du hast verloren. Du hast verloren. Wir hatten gerade vor fünf Sekunden. Ja, aber Chrissy ist noch nicht rausgegangen. Wenn Chrissy ein netter Verlierer ist, dann hat sie jetzt verloren. Schreib's in die Kommentare. Ich war länger. Achso, was mir noch einfällt. Ich wollte mir noch ein Blatt-Budel machen. Habt ihr gesagt, schreibt's doch gerne in die Kommentare rein. Oh, jetzt will ich doch. Übrigens, eventuell hab ich für sechs Tage nur eine Hose mitgenommen. Heißt, ich war noch mal Schotten. Eigentlich gefühlt irgendwie alles andere gekauft. Außer Hosen. Ich hab jetzt einmal das T-Shirt hier geholt. Spontan. Das T-Shirt hier. Diese Jogginghose hier. Dann noch ein Pulli. Also irgendwie ist es doch ein bisschen mehr geworden. Weil eigentlich wollte ich nur eine Hose holen. Ähm, im Endeffekt ist es nur eine richtige Hose geworden. Und eine Jogginghose halt. Sehr nice. Damit würde ich jetzt auch das Video hier beenden. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben. Dann vergesst nicht, jetzt den Kanal zu abonnieren. Oder würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.